Nee, ich zieh mich doch nicht aus, bloß weil die das machen. Ja. Ich geh mein Archen weg. Und der führt Sie jetzt direkt hinter die Bühne. Marco Mommsen ist Ihr Begleiter. Ne? Ja. Ach so, ein dickes Ding. Ja, wie kommen Sie denn auf den, Wolzen? Naja, das ist so. Ja, das erzählen Sie uns gleich. Sie kommen ja gleich nochmal wieder und dann werden wir alle versuchen, in den Glauben an den Beruf wiederzugeben. Komm, Freunde, überlegt, alle hier. Ich bin ja ein großer Wolfgang-Petri-Fan. Und weil wir das gewusst haben, haben wir ihn für heute eingeladen. Und? Ist der auch nackt? Noch nicht, aber wir fragen ihn gleich gerne mal, ob der sich nackig macht. Doch, Freunde, Wolfgang-Petri. Leben verloren, ein bisschen verzeihen. Verdammt, ich war glücklich, verdammt, ich war frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Aber ohne dich lebe, es ist zu spät. Ein Leben verloren, verletzen, verzeihen. Verdammt, ich war glücklich, verdammt, bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Aber ohne dich lebe, es ist zu spät. Ein Leben verloren, vergessen zu sein. Ja! Petri Heil, wenn ich das mal so sagen darf. Wolfgang, ich hab da noch eine Frage. Ey, ich hab da auch eine Antwort. Ja? Und zwar, ich bin einer von euch und der Beweis sind doch hier diese zahlreichen Freundschafts-Armbänder. Ja. Würden Sie eigentlich für Ihre Fans alles tun? Klar. Unser Thema heute ist ja, mach dich nackig, du Sau. Hey, euer Thema ist auch mein Thema, ja? Ja, weil ich bin einer von euch. Ja, das freut mich. Wollen Sie sich heute... Hey, Wolle! So nenne ich all meine Freunde. Ja, und alle sind meine Freunde, ne? Und, hey, ich bin euer Wolle. Nein, wollen Sie sich nicht mal richtig nackig machen für Ihre Fans? Mich nackig machen für meine Fans? Nackig. Klar, hey, kein Problem. Gut. Dann fang ich mal direkt an. Sie können auch mit was anderem anfangen. Die Hose vielleicht, Hemd. Mensch, also die Reihenfolge, die müssen schon mir überlassen, ja? Mensch, Wolle, gehen Sie doch mal hinter die Bühne. Ja, wir schauen ab und zu mal, wie weit Sie sind. Das war Wunderbar. Ne, herrlich. Ja, und so nach... Ja, wenn das immer so lange dauert bei dem Wolfe, Wolfgang, nicht? Nein, ich könnte einen Auftritt in unseren Vereinsheim besorgen. Ja, und bei den Nackten, da sollten Sie sich langsam anziehen, das täte Ihnen gefallen. Ein bekannter Gedanke. Fati, Mödi, würdest du dich ganz langsam für mich anziehen? Ja, langsam wird es Zeit, dass wir unseren Wolfgang Petri Momsen anschauen, der heute zum ersten Mal im Fernsehen seinen Arm nackig und seine Freundschaftsbänder abgelegt hat. Und da ist er. Ja, komm, Freunde, was haben wir aus der heutigen Sendung gelernt? Manchmal gibt es einen guten Grund, dass gewisse Körperteile mit Kleidung bedeckt sind. Man muss nicht alles sehen, die Folgen von TV Kaiser allerdings schon. Und in der nächsten Woche, da ist unser Thema, ich will endlich ein Star sein. Und bis dahin sage ich Tschüss, 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 Tschüss. Tschüss, Tschüss, Tschüss. flows Liebertreme !